Ja, Hallihallo, werte Freunde, willkommen zurück auf dem Kanal GamerInsel.de. Mein Name ist Mr. Kachen und wir spielen weiter. Genau, ja, hörst labern auf, unterbrich mich nicht hier. Wir spielen weiter, Dishonored, die Maske des Zorns. So, mal gucken. Durch Schlüsselloch, ob hier was ist? Hier ist nix. Okay, dann können wir mal reingehen. Ich sollte vielleicht schleichen. So, hier muss jetzt irgendwo eine Bombe für uns platziert sein. Ähm, Waschbecken. Oh, kann hier. Oh, mhm. Lecker, lecker. Okay, wo ist die Bombe? Ach da, Zeitbombe. Huppala. Ist jetzt sonst noch irgendwas? Ja, oh, hier liegt ein bisschen. Gell? Oh, ich dachte, da hat sich was bewegt. Alter, was... Waaah, ich... Halluziniere schon wieder hier. Was ist hier? Kann ich das nehmen? Eine leere Flasche. Oh. Okay. Das kann ich werfen, um Gegner anzulocken. Mhm. Mhm, 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 mhm. Huppala. So, hier können wir den Tresor öffnen, um diese Bombe dann zu nehmen. Das ist die Zeitbombe. Okay. Dann haben wir hier noch die Prüfung der Begab... Äh... Zeigt ein Kind die richtige Neigung, gilt es als gekennzeichnet Aufseher, werden mit der Untersuchung des Subjekts beauftragt, um zu bestimmen, ob diese Neigung durch kosmologische Gegebenheiten und andere Zeichen während des ganzen Jahres bestätigt wird. Am Ende dieses Zyklus werden jene, die für weitere Untersuchungen bestimmt sind, einige Stunden vor Sonnenaufgang aus ihren Häusern geholt. Sie müssen zu einem Ohrenstützpunkt außerhalb der Stadt marschieren. Dort werden die Kinder rituellen Vorbereitungen und Prüfungen unterzogen, bis sie in der letzten Nacht des Monats des Regens eine Pilgerreise zur weißen Klippe antreten. In einer ausgefeilten Zeremonie wird bestimmt, welches Kind Aufseher und welche Kinder getötet werden. Oh. Das ist uncool. Gut, äh, wir haben die Bombe, von daher, nichts wie raus. Ah, ich sollte schleichen. Oh, da ist einer. Oh. Oh. Welch Fügung des Schicksals, dass uns der hier diese Tür aufgeschlossen hat. Warte mal, liegt hier noch? Liegt hier überhaupt was? Ne. Okay. Gut, dann. Wenn du Q oder E drückst, kannst du hinter den Ecken hervorschauen und die Lage erkunden, ohne von deinen Gegnern gesehen zu werden. Was Q.de? Dreh einfach nur deine Augen. Ah, ah, ah. Die Meldung macht uns beiden Ärger. Okay. Ich bin schon unterwegs. Okay, der geht. Wop. Oh, oh. Ja, also das sieht man doch, oder? Aber egal. Eskorten durch den einzelnen Haftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Vorgang. Kommt der hier? Ne, kommt er nicht. Aber der steht da, das ist uncool. Wie machen wir denn das jetzt? Warte, ich geh mal kurz hier rüber. Hier, hinter den. Können wir uns ein bisschen vorbeischleichen. Wunderbar. Wie verbrechiger Abschauen. Ich sollte den besser nicht töten und einfach weitergehen. Aber jetzt kommt der. Der kommt jetzt bestimmt hier rüber. Oder? Wahrscheinlich schon. Ne, er geht. Sag mir doch noch mal, was du tust. Der Slackjaw und die Jungs von der Border Street dich überfallen. Du bringst mich immer zum Lachen. Ich mach da mal. Boah. Einen Abgang. Alter, da ist auch alles voll. Ei, ei, ei. Am liebsten würde ich einfach durchrushen. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Kontrollraumsektion. Betritt den Gang, der zur Außentür führt. Okay. Zack. Komm, 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 komm. Hier. Ah, das sieht man. Wunderbar. Oh. Komm nicht hier raus. Okay. Oh, oh, da ist er drin. Oh, oh. Okay, der ist weg. Ja, mehr oder weniger. So, wo ist dieser Gang jetzt? Ach, ich muss an diese Tür. Oh, nein. Oh, Mann. Geht jetzt wieder hier? Da drin steht der. Okay, wenn der jetzt wieder zurückgeht, dann werden wir die Tür öffnen und ihn eiskalt umlegen. Komm, mach ihn. Jetzt. Und bumm. Okay, wir haben es. Aber wir legen den einfach mal hier in die Ecke. Essen hier mal alles, was zu essen gibt. Om nom nom. So. Was ist das? Okay. Kugeln. Ach, für die Pistole. Okay. Wunderbar. So. Platziere den Sprengsatz. Achter. Oh, natürlich sind da auch Leute. Meinst du, du könntest heute dein Essen mit mir teilen? Verträg dich. Komm, wir müssen schnell sein. Bitte hast du das nicht gehört. Okay, der steht da oben. Komm, geh zurück. Wunderbar. Lol. Irgendwie müssen wir den jetzt ausschalten. Ich hoffe, der geht da wieder hin. Dann können wir... Ja. Ja. Nein. Oh mein Gott. Er hat an sich gesehen. Hoi, 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 hoi. Ja, jetzt. Sag. Auf Wiedersehen. So. Pass auf. Hatten wir dich mal hier unter den Schreibtisch. Ähm. Okay, das sieht so aus, als ob du eingeschlafen wärst. Von daher ist das schon mal gut. Alles mitnehmen, alles snacken. Benutzen. Ach, dann geht die Tür wieder zu. Okay. Gut. Dann haben wir hier unsere Ruhe. Ähm. Wenn ich hier die Bombe platziere, dann geht hier wahrscheinlich alles in die Luft und ich sterbe. Von daher ist... War es keine gute Idee, dass wir die Tür zu gemacht haben. Egal. Ui. Ah, 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 ah. Ich geh hier rein. Wow. Das hat ordentlich gescheppert. So, jetzt würde ich sagen, wir müssen mal laufen, ne? Fliege aus dem Gefäng... Uh-oh. Bam. Bam. Okay, da haben wir einen. Farm. Und zweiten. Jetzt. Ja. Haben wir noch zwei. Wunderbar. Ein. Und. Kaboom. Alles klar, alle so. Komm, die von... Warte mal, ich hab mal irgendwo was gehört. Egal. Oh, je, 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 je. Luft anhalten, Luft anhalten. Und schwimmen. Komm, bevor die auf uns schießen, das wär uncool. Da oben sind die. Pass auf, eine Kugel hab ich noch. Schenke ich dir. Jetzt haben wir keine Munition mehr. Egal. Flieh aus dem Gefängnis von Coldridge. Äh, hier hin? Okay, ich denk mal hier hin. So, jetzt muss, jetzt muss schnell gehen. Und hier werden wir einige in die Kanalisation. Ja, natürlich in die Kanalisation gehen. Ah, wunderbar. Wunderbar. Und hier haben wir unsere Ruhe. Hoffe ich mal. Hier finden wir... Ah, jetzt. Ich dachte schon, wo sind meine Waffen? Hier finden wir einige nützliche Sachen. Und hier haben wir die Kaiserin umbringt. Schält sich wohl nicht um ein paar Wachen. Eins, Maul. Sieht ihr das, wenn man? Ähm. Ich hab... Kann ich hier irgendwie... Hier. Warte, hier war ne Notiz. Corvo, wenn Sie das lesen, heißt das, unser Plan hat funktioniert. Und Sie sind aus Coldridge ausgebrochen. Eine unserer Kontaktpersonen hat tiefer in die Kanalisation Waffen für Sie versteckt. Holen Sie sich die Ausrüstungsgegenstände und suchen Sie Samuel auf, der sich am Ausgang dieser Tunnel am Fluss auffällt. Ein Freund, den Sie bald treffen werden. Okay. Hier zum Beispiel oben. Das ist ein Training gegen drei Männer gleichzeitig kämpfen, wie ein Wirbelwind. Hmm. Angriff. Uah. Alter, was ist mit den Ratten los? Alter, man zieht direkt wie die... Uah. Uah. Hmm. Omnomnom. Ah, wir kommen... Hmm. Hunger. Vielleicht haben die Ratten noch ein Stück für mich. Ich fähre mir mal runter. Okay, ich kann die Tür nicht öffnen, von daher bleiben die Ratten am besten da drin. Wunderbar. Aber warte mal. Steckt die Ausrüstung, da muss ich irgendwie noch hinkommen. Oh, ist hier jemand? Da sind Ratten. Ich sollte den besser nicht in die Quere kommen. Ratten. Haut ab. Oh, ich hab Angst. Sterb, Ratten. Uah. 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 Leiche zum... Ah, nee. Die will ich nicht tragen. Okay. So. Wo gehen wir hin? Ich hab keinen Plan. Versteckte Ausrüstung in 85 Metern. So. Wie kommen wir hier? Ich hör an da und ratten. Ach so. Haha. Heh. Ich weiß schon, wie das jetzt wieder gemeint ist hier. Ich soll einen Tauchgang machen. Na gut. Uah. Dieser Brühe hier. Naja. 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 Komm ich hier wieder raus? Hier? Na ja, einfach so. Ja, gut. Funktioniert. Ich dachte schon, ich stecke ein Pfeil in der Wand. Warte mal. Hier drüben ist anscheinend etwas. Nämlich Damiens Tagebuch. Amanda und ich hatten nur die Hälfte von dem, was wir brauchten, um das notwendige Elixier zu kaufen. Selbst das ist jetzt aufgebraucht und wir können nichts mehr tun, als abzuwarten. Zuwarten nur. Wir sind sehr krank und es gibt keinen Ort mehr, an dem wir uns vor der Stadtwache sicher wären. Sie brechen in Häuser überall in unserem Bezirk ein, um sie zu durchsuchen. Also werden wir hier bleiben und unsere letzten Stunden miteinander verbringen. Unser Feuer wird die Ratten fernhalten. Aber sie werden am Ende die Stadt erben. Damien. Es geht also hier um die Rattenzeugen. Ach. Das sind die beiden. Okay. Armer Damien. Okay. Ruhe in Frieden. Rest in Peace. Ihr wisst, wie es läuft. Was ist hier noch so? Was haben wir hier? Münzen? Ja. Ob es noch eine? Hm. Wir sind schon bald reich hier. Alter. So. Was bist du? Leiche. Da wäre ich jetzt nicht draufgekommen. Pass auf. Gehen wir mal eine Runde schwimmen. Uah. Okay. Okay. Ah. Okay. Wir müssen kurbeln. Wunderbar. 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 Alter. Das ist aber auch eine Drecksbrühe hier unten. Was haben wir hier? Essen? Ja. Om nom 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 nom. Alles meins. Ach. Hier sind wir ja gekommen. Zack. Die Beine. Wow. Wo sind die Leute? Sind die da oben? Nein. 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 Die werfen die Leichen jetzt hier runter. Na. Ihr seid aber Schweine. Was konntet ihr hier gerade machen? So. Warte. Ich muss jetzt irgendwie. Ach. Ich weiß schon wie das funktioniert. Ähm. Wieso laufen die jetzt nicht dahin? Hier. Ja, wo? Das hat funktioniert. So, und jetzt schnell. Komm, 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 komm. Okay. Okay, wir haben es. Weg von den Ratten, weg von. Klettere ketten auf. Nehmt du auch so zu springst, oder? Ah, okay. Oplander nach oben. er muss um jeden reich gefangen oder getötet werden jetzt bin ich wieder der böse tat kennen wir das kennen wir aus ein paar spielen Kupferdraht paar Münzen dass ich immer der böse ich bin hier ich wollte die Kaiserin verfault irgendwas Birne ich bin immer der böse wobei ich eigentlich nichts machen wollte ist das hier so ein stolperdraht Wuppola ja gut dass man Projektilwerfer gott sei Dank sind wir da nicht reingelaufen was ist das paar leere Flaschen egal wie konnte ich noch mal das Zeug trinken wie ging das noch mal ne warte F G, H, ne warte mal warte mal warte mal wie konnte ich diese Gesundheitssachen um benutzen Schüttergriff blocken würden M M M M M M M M haben über waren stolperte hatte ich sollte vorsichtiger vorgehen hier sehe ich schon hier könnte ich mal Münzen Beutel zu essen lecker lecker um toll jetzt mir wieder nach oben ein das war gut wir haben schon ausgelöst wenn da jetzt noch mal einer ist dann glaube ich aber langsam kann schon vertreten versteckte ausrüstung an den kaiserlichen schutzherrn seien sie gegrüßt koromo oder sollte ich kaiserlicher schutzherr sagen das waren sie doch bevor sie bevor der titel in fälschlicherweise genommen wurde wir sind diener des kaiserreiches und der waren kaiserin eine gruppe von kaisertreuen die sich sehr gerne mit ihnen treffen würde nehmen sie diese waffen für sie aus dem feinsten material in der insel hergestellt wo und treffen sie sich mit unserem mann samuel in der nähe der abflussrohre die in den brennhafen führen zögern sie nicht viel glück wir haben ein gemeinsames ziel spezial ausrüstung eine armbrust geil das ist unser schwert geil mit der armbrust können wir anscheinend dann ach wollt doch gar nicht schießen ach wir haben brandbolzen armbrustbolzen betäubungsbolzen alter das ist ja mal nein warte ich will eigentlich den hier machen das ist verwirrend das ist verwirrend mit der steuerung egal so ein beutel wunderbar was haben wir noch beute aha aha gut ähm mal gucken komm mit die ja so hier ist ein stolperdraht seh um beim sprinten zu rutschen pass auf das geht nicht gut doch das geht gut hui ok dose mit irgendwas jahres anteil jahres für den fall dass du zu dumm bist um dich zu erinnern solltest du bei deinem whisky nach der antwort suchen verstanden wenn du deinen anteil haben möchtest wirst du es schon herausfinden wenn nicht dann komme im nächsten monat wegen der sache erneut zurück ähm wo ist der whisky wo ist denn da whisky hier kombination erforderlich ah ok die kombination war ich nicht aber vielleicht findet man die im whisky kultiwerfer wo ist der whisky ist der da drüben mal gucken beziehungsweise hier oben ist hier was hallo weißt du wen wir hier jagen versuch nicht den helden zu spielen aber was wenn niemand in meiner nähe ist dann mach beim sterben möglichst viel lärm wird irgendwas um wenn du kannst ha ha das wird oh ach so warte ich jetzt jetzt kann ich ja warte hier ist vielleicht irgendwo whisky ne ok hat hier sonst irgendjemand irgendwie paar flaschen oder so hemlock irgendwas aha ok ja ich würde sagen ich mache hier mal einen cut ich verabschiede mich hier mal von euch ähm wir gehen dann im nächsten part weiter zu samuel hier oben müssen wir irgendwo weiter hier genau und wir sehen uns im nächsten part wieder bis dann macht's gut haut rein euer mr kachchen in in Vielen Dank.